Wussten Sie schon? Wir leben in Zeiten exponentiellen Wachstums. Auf 7 Milliarden Menschen weltweit kommen 5 Milliarden Handys. Heute haben mehr Menschen Zugang zu einem Handy als zu einem sauberen Klo. 25 Prozent der amerikanischen Haushalte nutzen ausschließlich Handys. 2 Milliarden Menschen sind online und 750 Millionen sind bei Facebook. Also weltweit jeder Neunte. 200 Millionen Menschen sind bei Twitter und senden täglich 100 Millionen Tweets. Wenn Facebook und Twitter Länder wären, wären sie gemessen an ihrer Bevölkerung auf Platz 3 und 6 weltweit. Minütlich werden 35 Stunden an Videomaterial auf YouTube hochgeladen. Und das entspricht 176.000 Hollywoodfilmen in voller Länge jede Woche. 29 Prozent aller Menschen unter 25 schauen alle oder die meisten Fernsehsendungen über das Internet. Amazon verkauft mehr Kindle E-Books als Paperback- und Hardcover-Bücher zusammen. Wussten Sie, dass 3,6 Millionen Artikel auf Wikipedia stehen und das allein auf Englisch? Flickernutzer haben 5 Milliarden Fotos hochgeladen. Und Facebook? 50 Milliarden. 92 Prozent aller amerikanischen Kinder haben mit zwei Jahren einen eigenen Internetauftritt. 2008 twitterte Corey Manchers Baby aus dem Inneren ihrer Gebärmutter. Bis zum Jahr 2015 sollen 80 Millionen Amerikaner ein iPad besitzen, mobile App-Downloads und 250 Millionen Downloads von Angry Birds. Der weltweite Online-Datenaustausch wird bis 2020 44 Mal höher sein als heute. Zu viel Info auf einmal? 247 Milliarden E-Mails werden täglich verschickt. Leider sind 80 Prozent davon Spam oder Viren. 6,1 Billionen SMS wurden letztes Jahr verschickt. 87 Prozent aller Teenager schreiben SMS und zwar im Schnitt 3,339 Stück im Monat. Haben Sie das gewusst?